Und damit herzlich willkommen hier zurück im Afrater Steigerwaldstadion. Die Liebe zu einem Klub wird dir gegeben, ohne dass man sie sucht. Ich hab das doch eigentlich bearbeitet. Konzentration erstmal jetzt, Union ist defensiv ausgerichtet, okay. Und trotzdem haben wir die erste Tor schon. Das ist noch 10 Stärkpunkte, besser als wir. Sehen wir, wie wir in einer schönen Parade, kann er entschärfen, gut. Wichtig, dass wir für so früh in Rückstand geraten wie gegen Paderborn. Wieder Union, die eisernen Ecke von Fabian Schönheim. Was, Clevin, ich weiß, ob er herauskommen soll noch. Oh, verfehlt es nur wenige Zentimeter, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir haben ihn gerade jetzt für Dausch. Falsche Entscheidung, okay. Okay, das ist einfach schon direkt bei der Daumen nach oben. Betätzt als Beleidigung und Zeit. Ja, das ist blöd. Das ist natürlich doof gelaufen für den. Jetzt gelbe Karte für Bergy. Sends John Parker im Tiefflug die Beine weg. Jetzt Angriff Rot-Weiß, aber ein ganz, 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 ganz schmähiger Angriff. Ja, und Mohamed Amsiv kann erklären. Na gut, weiter geht's. Für dich in dem Spielbesitz abziehen von der Fehlentscheidung, was gegen Pader geht. Steve grätscht den Ball schließlich zur Ecke. Eckball Union. Klarer Vorfeld. Schön. Gelbe Karte. Wieder unsere Offensive, was schon findet, sagt echt nicht statt. Habe ich das Gefühl. Unsere Offensive findet nicht statt. Darf doch nicht wahr sein. Ich seh'n's auch am Ball. Trevin hält uns hier im Spiel. Und Bergy nach seiner ersten Schuss-Nachsetzung wieder nicht so pralle. Nicht so pralle. Er muss halt auch aufpassen. Ich seh'n's auch nicht mehr auf 5,5 auswechselt. Das ist doch... Wir haben echt Glück, dass Union die Chancen nicht nutzt. Das ist... ...unser Glück heute. Letzt Chance für uns. Noch eine recht gute Chance. Nach Einwurf von... ...auf Odak. Der ist Odak rechts durch. Das falsche Reingabe-Adresse geht. Der hat der von hinten ins Einzel. Hahaha. Union macht ein Spiel. Wir machen's Tor. Boah. Ah. Hier ist pünktlich Schluss. Hier ist pünktlich Schluss. Okay. Halb... Halbzeit-Einsprache. Ähm. Gebt euer Bestes weiterhin. Loben, loben. Da muss man mal loben. Hier will ich motivieren. Hier will ich auch mal loben. Und hier muss noch ein bisschen... Da muss noch mehr kommen. Gerade hier von... ...ein Kevin Möwald erwarte ich mir da noch ein bisschen mehr. Aufwärmen, Leute. Und Kunzi. Ja, also noch ein bisschen... ...obten Sprechen nicht möglich. Okay. Toro Max hat eine gute Aktion im Mittelfeld. Auf den nassen Graten. Jetzt ist das Tackling angewutscht wie ein Ball. Ah, ich hasse diese Regen. Habe ich denn? 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 Dann wollen wir mal ein bisschen... ...höhere Bälle machen. Haben Lott jetzt für 30 G. Okay, was? Beide über die Latte. Okay. Nochmal Angriff. Nochmal Eckball. Ecke von Kugwald. Jetzt kommt es präzise auf Tyrala, der sich gegen Kangen durchsetzt und kriegt. Aber der Torwart ist auf dem Posten. Die Bombe kommt für Kugwald. War auch jetzt lange nicht im Spiel, die Bombe. Und die wechseln auch aus. Wir gehen auch in die Aufstellung. Weil jetzt kommt Laurito. Noch ein bisschen Erfahrung reingebracht hier. Dann möchte ich außerdem den Druck von Kevin noch ein bisschen wegnehmen. Mal gucken. Vielleicht kommt er auch damit nicht so zurecht. Ich weiß es nicht. Wir werden es ja sehen. Gut. Durchatmen. Durchatmen. Dann ab und rau bei Union. Und unsere Einwechslung kommt auch noch rechtzeitig. Haben dort... Will ich wieder zurück ins Geschäft holen hier. Jetzt Torstands für Union Berlin. Aber Levin hat den Ball sicher. Nochmal Union Berlin. Ecke von Fabian Schönheim. Bringt den Ball auf Schoenpark. Ersteigt kurz zu Vorschlägen aus dem Schulrad. Zwei Meter links im Kopf. Nochmal Union. Passt nochmal ab. Hälfte Schoenpfen. Aber überhastet. Glück gehabt. Angriffsmöglichkeit jetzt für Erfurt. Jetzt ist es ausgeglichene Partie. Aufner Schlagertausch. Eidin flankt. Von der rechten Seite um den langen Pfosten. Das Kastikam-Völkst allein. Der Eingerechte sucht es direkt. Aber scheiterträglich außen jetzt. Schade. Egy Mann jetzt für Schönheim. Bei Union und Koppel. Sprich, sie wechseln ihre Innenverteidigung aus. Warten sind so schlecht. Eigentlich nicht. Vor allem Roberto nicht. Überträgung kann die Farben des FC. Rot-Weiß-Arft-Kollensituation Jungs. Letzter, der Wettner ist ein glücklicher Dreier für den FC. Das Erfurt im Union bedient. Hat viel mehr vom Spiel. Ja, wenn er mindestens einen Punkt verdient. Nochmal 10 Minuten. Nochmal Chance für Rot-Weiß. Okay. Eine echt gute Chance. Kammer hat sich davon gestohlen. Jetzt ein schönes Stellverlager von Thorsten. Marx am Strafraum. Spiel er clever. Freystein-Mühwald. Der will nur über die Trotten ins Tor verlassen. Es ist nicht das Spiel des Kevin-Mühwald. Es ist nicht das Spiel des Kevin-Mühwald. Man merkt es ja eindeutig. Nochmal Flanke Odak. Auf Mühwald versucht es jetzt ein Winkel. Hör ich das? Sag ich doch. Es ist nicht sein Spiel. Es ist nicht sein Spiel. Schade. Nochmal Chance für Rot-Weiß. Lieb Bombe. Spiel läuft die Mitte durch Kammerlott. Rein vom Tormann. Befindet sich allerdings wirklich mal Platz. Na gut. Na gut. 89. 89. 5 Stunden später. 89. Spielminute. Jetzt Zürralla. Letztes Mal zurecht. An den Pfosten. Die Bombe ist da. Tor. Lieb Bombe. Lüb Bombe. In der Welt. Aber ich verlange. Lüb Bombe. Ach ja. Wir haben es geschafft. Wir haben es noch geschafft. Lieb Bombe. Ist er. Und? Schon ein paar? Hab ich es richtig gesehen? Ne. Roberto. Den den ausgewechselt haben. Das war wahrscheinlich der Fehler. Ich wechsle nicht mein bester Innenverteidiger aus. Weil ich eins zu hinten liege. Am Ende waren wir sogar deutlich stärker. Für so eine Form gelegen hat. Und von die Bombe schätze ich. Okay. Zusammen bleiben wir auf Platz 3. Durch den wichtigen Sieg. Wir gehen die Ergebnisse durch. Bremen gegen Braunschweig. 2 zu 0. RB Leipzig gegen Paderborn. 1 zu 2. St. Pauli gegen VfR AM. 1 zu 1. Frankfurt gegen Bochum. 0 zu 3. Fürth gegen Ingolstadt. 2 zu 0. Sandhausen gegen. Wo war ich jetzt noch? Nürnberg. 0 zu 1. Dresden. Düsseldorf. 0 zu 0. Erfurt gegen Union. 2 zu 0. Und Heidenheim gegen Karatsruhe. 2 zu 2. Die Ergebnisse Dresden auch stabil, muss ich sagen. Hier. Und die beiden Absteiger spielen natürlich oben mit. Lokalsieger werden noch dieses Jahr nicht. Das ist sicher. Was sagen wir Schönes? Ich kann meiner Mannschaft nur ein riesen Kompliment machen. Sie ist von Beginn an selbstbewusst angetreten und hat geduldig gespielt. Es war der nächste Schritt in die richtige Richtung. Wir werden diese tollen Momentaufnahme genießen. Der erste hat mir echt nicht so gut gefallen. Und Union. Wir haben uns bestimmt anders vorgestellt. Wir sind zwar gut ins Spiel gekommen. Auch die Ballzirkulation hat gestimmt. Doch wir haben uns versäumt. In einem rechten Moment die Tore zu erzielen. Das stimmt. Wir müssen jetzt auch nach vorne blicken. Hätte Union die Tore. Die Chance ist ein bisschen aus der ersten Halbzeit. Hätte man keine Chance gehabt. Die Bombe. Tyrala. Und Laurito. Laurito sogar. Für die paar Minuten wo er drauf war. Spieler des Spieltags gewesen. Sauber. Habe ich die Not noch irgendwas verpasst hier? Laurito nur 1.0. Die Bombe nur 1.5. Nicht schlecht. Herr Specht. Und als nächstes dann. Dahin. Okay. Diesen Weg auf den Vögel ist aufgegangen. Vögel sangen Lieder. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Thüringer Wald nur nach dir. Ich das sehe. Sporting und dann Ingolstadt. Na Dankeschön. Wieso ist das nicht ausverkauft, das Spiel? Das kennen wir schon. Statusbericht verletzt. Noch 11 Tage. Wie Bombe. Aktion. Spielergespräche. Du trainierst sensationell. Kann ich noch irgendwo anders sagen? Nein. Nicht, wo ich wüsste, dass es perfekt klappt. Super. Sebastian Thürala. E, Alorito. Okay. Du trainierst sensationell. Scheint auch die Sonne aus dem Arsch. Gott sei Dank. Wir schauen Gott sei Dank. So ist es sensationell. Freuen Sie sich, die Jungs. Das ist schön. Guckt euch die Moran. Das ist doch. Das ist doch. Das ist doch. Das ist doch. Abartig. So. Dresigiri sind 13. Okay. Ich möchte eigentlich diesmal, obwohl nicht gegen Ding. Nee, 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 nee. Nicht gegen Sporting, Glyzabon. Nee, 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 nee. So. Du. Und die Bombe, ja. Ich glaube, das ist unumstritten. Trotzdem hat der. 75. Wohin nun, Anführungsstrichen, nun eine Form von, was hat der jetzt Grundstärke normalerweise? Nur 75, okay. Ist praktisch nie noch. Trainingsziele. Die stehen noch. Zweikampfadalz jetzt vor sich. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Höhere Machtwelt, 2,3 Millionen, ganz ehrlich. Das sehe ich höher sortiert. So. Halt, wir gehen noch ein Stückchen weiter. Wir gehen noch ein Stückchen weiter. Halt, Däh. Verwirrung, Donnerstag gegen Sporting, Glyzabon. Die Vorbereitung ging damals 0 zu 0. Also 1 zu 1. Ich wüsse es gar nicht mehr. Zimmermann verlängert sind. Wer ist Zimmermann? Ich unnahm, Leute. Das hat doch mittlerweile bestimmt gemerkt. Das hat das nicht unbedingt zu meinen Stärken gezählt. Das hat das nicht unbedingt zu machen. Ich habe, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, den Soundtrack installiert zur Europa und Champions League. Und wir sind wieder im Fokus der Gruppe. Wir gehen in die Taktik. Es tut ihm wahrscheinlich nicht gut, hier Spielmacher zu sein. Wir sind in jedem Fall unterlegen. Ach ja, ist das nicht schön. Dann kann man es auch echt lassen. Ich würde aber trotzdem Spaß als Halbe mal nur mal 1.000 Euro mitgeben wollen. Wenn sie es schaffen. Und, warte mal, wo war denn das? Sponsoring, 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 Sponsoring. Igea. Freikarten. Auch gegen Karlsruhe ist gut. Da haben sie auch mal was. Stuttgart. Äh, gegen Wiesbaden. Ach so, Scouting. Wiesbaden, da müsste die Jugend sein. A-Jugend. Gut. Ich will ja so mal gucken, warum wir es aufgedeckt haben. Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, ich glaube, er weniger, dass da irgendwas bekannt ist, Kurs. Stuttgart, aber... Das ist ein LV halt, ne? Er aber auch. Er ist fleißig und er kann Deutsch. Hat aber kein Interesse, mit uns zu reden. Na gut, doch nicht. Hat er Interesse, mit uns zu reden. Nö. Nö, 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 nö. Ich bin lieber höher als hier, hier drücken. Alte Rostro noch vergessen. Dö, 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 dö. Äh, nischt, 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 nischt. Nischt. Na gut, dann nischt. Zimmermann hat verlängert bei A-Helb, okay. Der konnte doch auch, glaube, LV spielen. Naja, wäre schlecht als recht. Na gut. Scouting abgeschlossen. Das fühle ich gar nicht. Ich sehe das Elend. Äh, d, 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 d. Jugendmannschaft. Talent. Komm, wir gehen mal ein bisschen aussortieren. Den kann man nach Hause schicken. Jawohl. Kevin kann auch nach Hause. Er ist bestimmt allein zu Hause. So, den kann man auch nach Hause schicken. Und der Marco geht auch nach Hause. Geht auch nach Hause. Es gibt doch auch ein bisschen was hier rumstreiten und so. Das ist auch die A-Jugend. Wenn ich da schon anfange mit das. Ich würde hier die Grenze bei 35 gerne ziehen. Ich habe da andere Toren. Ja, jep. Wenn ich sage, hier, äh, mindestens drei Sterne und nur 35. Dass wir hier langsamer zu Botte kommen. B-Jugend. Können wir so ein bisschen sortieren. Gut. Oh, wir haben neun. Kann das sein? Jawohl. Schön. Neues, besseres Talent. Das ist schön. Das ist, das gefällt mir. So muss das. Es hieß aber eigentlich, dass ich die Leute, die nachrücken, und sich halbwegs an den Leuten orientieren, die wir da haben. Wir haben größtenteils drei Sterne und drei Halbsterne. So, das heißt doch, dass wir noch mehr kriegen mussten. Und hier übrigens, warum ich sage, äh, mindestens 35. Wir haben hier einen 16-Jährigen mit 38. Das heißt, wir haben ein, das fällt besseres auf. Wir haben einen 15-Jährigen mit 50. Er muss natürlich jetzt, äh, ja, mächtig aufholen. Ballkontrolle. Wenn, dann wird es ein RA und kein RM flanken. Und Kurzpass spielt auch. Der hat noch viel zu üben. Der hat noch viel zu üben für den jungen Mann. Aber er ist ja erst 15. Er hat ja noch durchaus Zeit. Gucken wir mal, wenn er jetzt, sagen wir mal, noch fünf Jahre übt. Da ist er 20. Fünf Jahre ist auch hier eine lange Zeit im FM. Er kann ja noch ein paar Jahre üben uns verweilen. Ähm, R, A, nehmen wir mal Okan. Jep, aufstellen. Hat denn die Posten, bekommt die noch? Hä? Ja, er hat doch gerade ein R. Ach so, er, ähm, ja, da hat er hier hingestellt. Nee, ich würde ihn wirklich gerne hier sehen wollen, auch. Na gut. Na gut, na gut, na gut, na gut, dann wisst ihr, wisst ihr, was auf euch zukommt? Speichern unter. Let's play Erfurt. Speichern. Jo. Jo. So, eine Folge mache ich dann noch, heute. Und dann ist wieder bis nächste Woche Zeit. Aber erstmal sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Euer Robert. Ich wünsche euch was. Tschüss. Tschüss. Tschüss.